Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der fünfte Part meiner Siren Challenge. Viel Spaß! Wie immer ist auch dieses Video ein Zusammenschnitt, also an dieser Challenge spielen wir gemeinsam einmal die Woche auf meinem Twitch-Kanal weiter. Wenn auch du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Und was das letzte Mal passiert ist, das erzähle ich euch gleich ingame, also starten wir am besten gleich rein. Also wer zum ersten Mal da ist, wir spielen heute die Siren Challenge. Wir sind hier in Sulani, das ist unsere Hauptperson, die Cassiopeia Sullivan. Das ist die Lia, die wohnt derzeit noch bei uns und eigentlich wird die Challenge aber sagen, dass wir sie heiraten müssen und dann die Dinner Party machen und dann entfernen wir sie. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt einfach wieder ausziehen und wir trennen uns, weil sie hat uns fast kein Geld gebracht und dann können wir uns noch schnell jemand Neues angeln, bevor sie das Baby bekommt. Das Baby kommt sehr, sehr bald. Gut, ich entferne jetzt mal die negativen Stimmungen. Wieso steht da eingeschlafen? Sie ist wach, lügt nicht. Gut, sie hat keine negativen Stimmungen mehr. Dann werden wir uns jetzt ganz schnell von ihr trennen und sie soll wieder ausziehen. Oh, die sind schon verlobt? Habe ich die? Sie kennt einen Delfin. Sie sind beste Freunde? Haben sie dich nicht? Ich glaube, die haben sich letztes Mal voll gestritten. Keine Ahnung, warum die beste Freunde sind. Das ist aber eher genau. Das war der erste Mann, den wir entfernt haben und da habe ich dann diesen coolen Raum gebaut und da ist das Bild von den beiden. Es hat schlechte Qualität, weil sie kann halt nicht fotografieren. Dann haben wir hier noch die Urne von ihm. Übrigens, ich nehme das Ganze immer für YouTube auf. Also Rufzeichen YouTube, falls ihr auf meinen YouTube-Channel möchtet. Und dort kommen dann einmal die Woche die Videos. Ich bin da jetzt ein bisschen hinten nach. Also nächste Woche kommt dann noch der zweite Teil vom letzten Stream. Aber ich halte euch da eben auch up to date. Aber egal. Gut. Lia, es tut mir sehr leid, aber wir trennen uns jetzt von dir. Wir werden uns einfach... Ja, okay. Man kann sich ja nicht so von 0 auf 100 trennen. Deswegen werden wir sie anbrüllen. Einfach, weil wir es können. Ja, das ist auch noch passiert. Letztes Mal war Flatt zu Besuch und hat Lia ausgesaugt. Deshalb ist sie jetzt ein bisschen fertig mit den Nerven. Uh, Flatt würde ich gern heiraten. Haben wir mit Flatt letztens schon geflirtet? Was war das? Ich glaube, irgendein... Irgendwelche Mods von mir sind nicht mehr up to date. Das war letztens auch schon, dass die Sims so hin und her glitschen. That's weird. Okay. Oh, wir mögen Fladeslaus nicht. Ich dachte, wir haben uns gut verstanden. Ja. Okay, sehr gut. In meiner Erinnerung haben wir uns gut mit ihm verstanden. Dann war das wohl eine falsche Erinnerung. Okay, gut. Wir streiten uns mit Lia. Sie trennen sich. Was? Sie haben Schluss gemacht. Gut, Lia, dann ziehst du jetzt aus. I'm sorry, girl. Aber es ist vorbei. Sie haben die Verlobung gelöst. Hassen sie sich jetzt? Oh, well. Okay. Ich dachte, das ist ein bisschen freundlicher. Ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie eine Verlobung gelöst. In Sims. Glaube ich zumindest. Dann zieht Lia jetzt wieder aus. Ohne Geld. Sie bekommt keinen Cent von uns. Wir haben ja auch nicht wirklich Geld. Ähm, ich glaube, ich lasse sie einfach zu irgendjemandem dazu einziehen, dass sie nicht ganz verloren ist. Wir ziehen zu ihr dazu. Ihr seid jetzt Freunde. Sehr gut. Äh, die leben jetzt einfach zusammen. Warum auch immer. Dann erzähle ich einfach ganz kurz, was passiert ist. Wir haben uns gerade von Lia getrennt. Einfach, weil sie kein Geld hatte und weil wir sie nicht mochten. Und sie ist jetzt weg. Und deshalb müssen wir Cassiopeia ganz, ganz schnell einen neuen Partner oder eine neue Partnerin suchen. Weil, ja, okay, das kommt auch weg. Du hast keinen Trennungsplus. Du freust dich in Wirklichkeit. Ähm, weil wir kein Geld haben und weil das Baby bald kommt. Und deshalb darfst du jetzt noch schnell was essen. Und dann suchen wir ihr einen neuen Mann oder eine neue Frau. Übrigens brauche ich unbedingt, ähm, dieses Erweiterungspack mit dem Butler, weil ich brauche einen Butler in diesem Haus. Das ist, glaube ich, Vintage Glamour. Glamour. Wow. Winted Glamour. Ist noch schnell ein wenig. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem neuen Menschen. Gehen wir einfach mal in die Solani Beach Bar. Hochschwanger geht man am besten in Bars. Wer bist du? Eine schwangere Frau. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Ich nenne dich Nui. Nui, wir stellen uns jetzt bei dir vor. Und zwar stellen wir uns ganz krokett bei dir vor. Vielleicht hast du Glück und du darfst uns gleich heiraten. Cassie, was ist mit dir? Sie möchte nie das tun, was ich will. Und ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob es an irgendeinem veralterten Mod liegt oder an ihrer Persönlichkeit. Ich habe keine Ahnung. Hello, Nui. Du fühlst dich unwohl. Okay, was halten sie voneinander? Sie findet, er ist unzuverlässig. Kann uns egal sein. Er steht auf uns. Ja, perfekt. Nui, ich glaube, du hast Glück. Ich glaube, wir mögen dich auch. Dann werden wir gleich aufreizend posieren. Dann werden wir ihn kennenlernen. Wir werden vom Kochen schwirmen. Sie tut einfach so, oh mein Gott, ich kann so gut kochen. Ich bin so talentiert in allem. Du solltest unbedingt mein Essen probieren. Ich mache den besten Gartensalat. Wow, sie haben gleich eine romantische Leiste. Er hasst Vampire. Ja, kann er gerne hassen. Wir sind eine Meerjungfrau. Ist uns egal. Okay, sehen wir einen schmutzigen Witz. Gut, dann werden wir nicht bitten, nur Freunde zu sein, sondern wir werden Fotos teilen und sagen, wow, wir leben in so einem unglaublich schönen, großen Haus, aber wir sind so alleine. Dann werden wir ihm Beziehungstipps geben, weil wir können eindeutig die besten Beziehungen führen. Warum stehen wir eigentlich hinter der Bar? Okay, never mind. Aber vielleicht sollten wir an einen Ort gehen, wo es ein wenig ruhiger ist. Kriegen wir ihn mal zur Runde hinzu und setzen uns. Ich mag irgendwo sitzen, wo es romantisch ist. Nie ganz romantisch. Ja, setzen wir uns einfach da an den Tisch zusammen sitzen. Sie ist schon so schwanger. Ja, setz dich zu uns. Okay, sie wollen nicht sitzen. Gut. Dann werden wir die Nummern austauschen. Wir werden fragen, ob er Kinder hat. Oh, wir müssen mal fragen, ob er Single hat. Wobei, eigentlich, glaube ich, ist ihr das ziemlich egal, ob er Single ist oder nicht. Aber wir fragen einfach mal aus Höflichkeit. Erinnern Sie sich an das erste Date? Was ist das für ein Mod? Gut. Dann werden wir gleich mal mit ihm flirten. Sicherheitsabstand. Ich habe keine Kinder. Gut zu wissen. Er ist Single. Ja, perfekt. Gut. Dann werden wir ihm ein Kompliment über sein Aussehen machen. Wir werden flirten. Wir werden einen Anmachspruch machen. Was müssen wir übrigens? Drei erste Küsse gehabt haben. Okay. Also dann müssen wir mit ihm gar nicht auf ein Date gehen, sondern können einfach hier ihm gleich näher kommen. Was könnten wir noch? Wir werden nach seinem Tag fragen. Endlich hat er sich hingesetzt. Ich glaube, er wollte nur kurz testen. Ist sie wirklich cool oder ist sie vielleicht ein wenig strange? Und jetzt mag er uns und deshalb sitzt er bei uns. Wir werden uns für eigene Pronomen verkünden. Warum auch nicht? Da weiß ich übrigens nicht. Das kommt von der LGBTQ Mod. Die habe ich jetzt in meinem Spiel. Er ist verschwunden. Komm wieder. Wo bist du? Komm wieder her. Okay. Da er jetzt abgehauen ist, gehen wir jetzt einfach mit ihm ins Café. Nui, du musst jetzt mit uns ins Café gehen. Wir zwingen dich einfach. Wir werden dich so lange nerven, bis du bei uns bleibst. So macht man das nämlich in der Wirklichkeit definitiv nicht. Aber Sims ist nicht die Wirklichkeit. Deshalb können wir ihn schon ein wenig nerven. Wir werden ihm den Tag verschönern. Seine Hände küssen. Flirten. Wir können ihn schon küssen. Das wollen wir noch nicht. Und ihm eine Rose anbieten. Wow. Sein Outfit ist auch wild. Also diese Schuhe zu dieser Rose? I don't know. Dann flirten wir noch mit ihm. Dann machen wir ein Kompliment über Aussehen. Hey, er mag uns nicht mehr. Was ist mit dir, Nui? Oh, oh. Rückzug. Rückzug. Dann reden wir über kalte Temperaturen. Weil wir sind in Sulani und da ist es immer kalt. Was jetzt mag sie ihn nicht mehr? Heute ist Liebestag. Was da übrigens glitscht, weiß ich auch nicht. Er ist paranoid. Ja, okay. Sei halt paranoid. Über Liebestag. Beschweren? Nein, wait. Nicht beschweren. Wir wollen ihm doch schlüpfrige Frage stellen. Vielleicht geht jetzt alles schneller, weil wir den Liebestag haben. Blumen geben. Oh, wir sind schon wieder da, wo alle nackt sind, oder? Wait. Ist das das Café der Nackten? Es ist gerade gar keiner nackt. Okay. Aber ich glaube, das ist das, wo letztens alle nackt waren. Können wir ihm Blumen geben? Wieso haben wir Würstchen, Schokotorte und Gartensalat in unserem Inventar? Kann mir das irgendjemand sagen? Wo kann ich ihm nochmal Blumen geben? Romantisches Geschenk? No. Okay, gut. Wieso fühlt ihr sich so schlecht? Oh, weil es ihr schlecht geht. Ja, gut. Wir müssen uns schnell um ihre Bedürfnisse kümmern, weil sie schwanger ist und sonst... Könnte das nach hinten losgehen? Ach, da ist eine Toilette. Okay. Und dann machen wir hier ein schnelles Nickerchen. Ich hoffe, er ist dann noch da. Sonst laden wir ihn einfach noch einmal ein. Okay, dann schlafen wir nochmal. Schlaf weiter. Schlafst du schon wieder mit offenen Augen? Nein, aber die Wimpern glitschen. Das ist das Café der Nackten. Alle sind nackt. Dann essen wir schnell einen Gartensalat. Und dann machen wir noch ein Nickerchen. Sie schlaft doch eh. Wieso wird sie müder, wenn sie schläft? Sayon. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Cassie Payer. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Vladislav Straut besser kennenlernen sollte? Er scheint recht nett zu sein. Nein, 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 nein. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Weil wir wollen Vlad bald heiraten. Und hey, unser Date ist jetzt auch nackt. Okay, wenn er möchte, Nui, du darfst gerne nackt herumlaufen, wenn du das möchtest. Dann machen wir ein Kompliment übers Aussehen. Äh, nein, nicht. Der ist verdorben. Okay. Äh, nein, 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 nein. Ist es nicht, ist es nicht. Dammit. Dann essen wir ein Croissant. Ach, hier ist doch Sayon. Dann essen wir das Milchbrötchen, auch wenn wir das nicht bestellt haben. Aber dann essen wir das. Und dann reden wir noch ein bisschen mit Nui. Wir werden ihn dem Tag verschönern. Dann werden wir Liebestagstimmung teilen. Und dann Liebestag Konfetti werfen. Vielleicht mag er das, ja. Mich stresst es übrigens, dass da so viele Sims auf einem Haufen sind. Und dass die Hälfte davon nackt ist. Aber ja. Wir erzählen ihm eine festende Geschichte. Oh, das mit dem Konfetti süß. Setzen wir uns einfach mal hier zusammen hin. Damit wir weg von diesen ganzen fremden, nackten Menschen kommen. Er pinkelt sich gleich an. Das ist nicht gut. Wir machen eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm. Dann werden wir ihm wieder ein Kompliment über das Aussehen machen. Das mag er ganz sicher. Dann werden wir gestehen, dass wir uns angezogen fühlen. Er ist eifersüchtig. Kann uns auch egal sein. Was macht sie? Nein, du gehst jetzt nicht baden. Noch ein Kompliment über das Aussehen. Und dann, glaube ich, küssen wir ihn gleich mal. Erst einen Kuss erleben. Oh, jetzt stinkt er. Jetzt hasst er sich ja alles. Sehr unwohl. Achso, nein. Er muss noch auf die Toilette. Ja, gut. Dann darf er auf die Toilette gehen. Das erlaube ich ihm ausnahmsweise. Und dann warten wir einfach hier draußen auf ihn. Er geht nicht mal auf die Toilette, oder? Also der Bikini. Schaut echt weird aus, wenn sie so schwanger ist. Ich glaube, ich ziehe was anderes an. Ist das mit dem besser vielleicht? Ist besser. Unser nacktes State. Wir werden Händchen halten. Und dann werden wir nochmal flirten. Und dann werden wir den ersten Kuss erleben. Dann haben wir nämlich auch diese Stufe vom Bestreben abgeschlossen. Ich finde es irgendwie seltsam, dass sie immer so Sicherheitsabstand halten. Sie hat einen guten Ruf. Wieso hat sie einen guten Ruf? Weil sie ihren Ehemann umgebracht hat? Well. Oh, sie küssen sich. Awww. Süß. Wieso ist das jetzt nicht erfüllt? Ich tue einfach nochmal erst einen Kuss erleben. Ach, jetzt geht's. Okay. Level 6 der Charismafähigkeit haben wir schon. Wow. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben. Das könnte problematisch werden. Weil wir unsere Leute ja immer umbringen. Ja, irgendwie schaffen wir das schon. Anscheinend kann Nui ein wenig länger leben. Juhu. Ich freue mich für ihn. Und 10 Sims küssen. Das ist easy. Möchtest du uns eigentlich gleich mal heiraten? Geht das schon? Nein. Okay. Dann werden wir noch einmal Süßholz basteln. Dann werden wir seinen Hals küssen. Bitten, Freund zu sein. Das können wir schon. Sehr gut. Eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben. Ach so. Sehr, sehr gut. Es zählen ja auch die Geister. Ja, dann ist es easy. Dann lebst du vielleicht doch nicht mehr so lange, Nui. I'm sorry. Dann werden wir ihm die ewige Liebe erklären. Wer bist du? Hi, Cem. Hör zu. Ich habe eine coole Geschäftsidee. Das wird eine echt große Sache. Aber ich brauche noch ein paar Simulians, um richtig loszustarten. Etwa 1000? Kannst du einem Kumpel helfen? Du bekommst das Geld zurück. Und sogar etwas mehr. Ich schwöre. Sorry. No. Und nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern weil ich dir kein Geld geben möchte. Er ist jetzt mit uns zusammen. Und er ist sprunghaft. Okay. Ach, jetzt ist er wahrscheinlich abgefasst, weil er sprunghaft ist und unser Freund ist. Was macht sie eigentlich schon wieder? What are you doing, girl? Sie macht absolut nicht das, was sie soll. Jesse, geht's dir gut? Okay. Ich warte jetzt einfach mal ab und schau, was sie macht. Lebensstil im Aufbau. Enger Zusammenhalt im Aufbau. Okay. Was tut sie? Ja, und jetzt bleibst du stehen und gehst wieder zurück. Okay. Das war ein schöner Ausflug. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Dann gehen wir hier auf die Toilette. Da waren wir. Und dann brauchen wir schon wieder etwas zu essen, weil schwangere Sims haben einfach die ganze Zeit Hunger und müssen aus Klo. Nui ist noch immer da. Das finde ich cooler. Nui bleibt einfach da. Die Wehen haben eingesetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich will zuerst, dass er bei uns einzieht. Ich will zuerst, dass er uns heiratet. Heiratsantrag machen. Wir machen ihm einen Heiratsantrag und heiraten ganz schnell. Ich wollte einmal eine fancy Hochzeit machen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Nicht mehr in diesem Spiel. Bitte heirate uns. Komm. Er ist nackt. Wer möchte nicht gern nackt bei seinem Heiratsantrag sein? Sie haben sich verlobt. Schnell. Jetzt heiraten wir. Ganz schnell. Sofort heiraten. Nackt und im Bikini. Das ist meine Art von Hochzeit. Ja, heiratet ihr jetzt? Was ist mit euch? Nein, ihr müsst heiraten. Nein, 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 nein. Macht einmal, was ich euch sage. Ja, heiraten wir jetzt oder was ist euer Ding? Sie muss ein Baby bekommen. Heiratet endlich. Was willst du? Okay. Oh Gott. Sie ist einfach so in den Wehen und muss noch heiraten. Es tut mir so leid. Oh Gott. Und jetzt ist sie krank auch noch? Wieso ist sie eigentlich krank? Das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Er hat 20.000. Ist okay. Ist jetzt nicht viel Geld. Also jetzt nicht so wie Väterchen Frost oder Blatt. Aber es ist in Ordnung. Gut. Er wohnt bei uns. Und dann müssen wir mal ganz schnell unser Baby bekommen. Du darfst dein Baby jetzt bekommen. Alles ist gut. Baby im Krankenhaus bekommen. Wir gehen mit. Ja, wir nehmen ihren neuen Mann natürlich auch mit. Also ich werde es jetzt nicht so machen wie damals bei der 100 Baby Challenge, dass wir da jetzt stundenlang in den Wehen sitzen. Ich glaube, ich werde es einfach schnell machen. Wir haben uns ja... Stimmt, wir haben uns ja nicht angemeldet für die Geburt. Ich möchte nicht, dass sie Fieber hat. Anempfang anmelden. Hat er eigentlich Familie? Nein, okay. Hast Vampire, sprunghaft, eifersüchtig, Genie, paranoid. Fühlt sich romantisch zu weiblichen Sims hingezogen. Er ist nicht binär. Wait! Wir bekommen ein Kind. Das Baby kommt. Es ist ein Junge. Roven. War es so? Ah nein, das war ganz anders. Roven Theodore. Oder Reuben. Reuben Theodore. Okay. Passt. Das Baby ist da. Das ist unser Reuben Theodore. Theodore. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und dann können wir ihm gleich ein Kinderzimmer einrichten. Weil jetzt haben wir ja das Geld von Nui. Aber der Vater ist... Wie hieß der Vater noch schnell? Ach genau. Das war bei Ea. Dahingeschieden. Ende durch Ertrinken. Och. Der Arme war eher. Er tut mir so leid. Sie hat Erziehungslevel 1 erreicht und dann gehen wir gleich nach Hause, oder? Warte in Schlange? Nein, wir gehen nach Hause. Roven, wo schwebst du? Hier. Achso, du schwebst gar nicht. Äh. Was wird dein Kinderzimmer? Und das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Wie gesagt, wenn du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch hier über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!